Gucken wir mal, was hier geht. Jetzt war voll die Hütte. Das ist hier durchgelaufen. Jetzt muss es richtig richtig in die Hütte gehen. Das ist hier durchgelaufen. Das ist hier durchgelaufen. Vielleicht kommt mal was hier. Ein bisschen was macht er denn. Können wir ja noch auf Freispiele hoffen. Das ist hier durchgelaufen. Das ist hier durchgelaufen. Das ist hier durchgelaufen. Ich gehe nächstens mal eine Reihe. Also Villa. Das ist hier durchgelaufen. 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 Ich glaube er will. Vielleicht ist 1,20 die richtige Einstellung. Aber wir können heute mal ein bisschen auf 1,50. Jetzt kommt er, schade, durchgeruscht. Ein bisschen auf 1,80. Ja, ein bisschen macht er immer, oder? Ja. Wir sind auf 2,10. Das ist nicht so, seine Einstellung hier. Wir versuchen auch 1,20. Vielleicht kommt er da jetzt durch mit Vollsprung. Hm. Na komm, jetzt auf 1,50. Vollbild. 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 Komm, die kriegst du noch voll. Jetzt aber. Ah, da oben fehlen 2. Ich lass ihn mal zählen. Brauch ich selber nicht rechnen. Hm. Ein sauberes von einem 50 Euro Bild, ne? Ja. Jetzt auf 1,80. Vielleicht gibt er da mal Freispiele. Dann auf 2,10. Oder ein Freezy Bild auf 2,10. Oh, da ist er durchgeholt, da unten hängt das. So, jetzt. Mach voll. Da hat er auf 1,50 aber schon mehr gegeben, zuerst gleich. Ja, vorne und ganz hinten. Jetzt dazwischen. Da fehlt was. Zum Auszahlen. Auf 1,80 jetzt. Vollbild. Komm. Ja, das sieht schon mal gut aus. Jetzt gleich eine Reihe vorne inzwischen. Und jetzt die beiden Lücken, die drei Lücken noch voll. Komm. Und. Oh, einer fehlt. Hier. Dann Lemker haben wir eine mit der vielen Lippen und kein remedies. Das sieht aus, wie man so weit auf dem Verein gjorde. Hier und noch einmal 20 Linien. Ein Punkt fehlt. Ja, der macht sich aber gut bemerkbar hier. Jetzt geben wir mal ein schönes Bild auf 2,10 denn Freispiele jetzt auf 1,20 so wie da angefangen hat und Freude, Freude Das bringt nichts Die sind durchgeruscht Jetzt geben wir doch mal Freispiele oder ein Freezy Bild Da haben wir gesehen wie er gehackt hat Freispiele auf 2,10 Ich bin gespannt Alles mit geblockten Wilds Und voll das Ding Die Balls muschen alle nur durch Schade Drei freigelassen Jetzt machen wir mit Toren Also ich sag mal ein Freezy Spin hier ist ja ein bisschen wenig Für Freispiele 78 Euro Also da war ein normales Bild schon besser Und Und Ja, so und jetzt aber Ja Vor der Pause Ich hab' den Foto-Tür in der Verkaufung 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 Und Und? Ja, komm. Oh. Oh, der Wahnsinn. Das ist gemein. Das ist gemein. Ah, jetzt. Die Dame. Und mehr. 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 Und die noch dazwischen. Wiles. Ja, und jetzt noch zwei Stück. Komm. Okay. Oh, jetzt geht er gleich in die Pause. Da muss ich wohl draufdrücken. Oder schafft er es noch hochzuzählen? Ja, er zählt noch. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Und ja, auch mal Zeit. Ah. Okay. So. Das war ja mal was. Ah. Er macht das Bild jetzt noch mal. Weil er die Pause hatte. Also jetzt wissen wir schon, dass es fast ein Vollbild wird. Ja, einer fehlt. Na gut. Dann lasse ich ihn noch mal zählen, weil es zu schön war, ne? Aber wenn ich ja froh, dass er trotz Pause das Bild dann noch mal zeigt, ne? Und nicht sagt, okay, nach der Pause machen wir was anderes. So, jetzt geht er noch weiter. Komm, jetzt mach's noch mal voll hier. Und natürlich nicht, ne? Und jetzt noch mal. Ah, der Wahnsinn. Und dazwischen noch kommt. Okay. Dann zählt er noch weiter. Sehr gut. Und letztes Freispiel noch was? Schade, er hat er noch mal. So, ein schönes Torten. Ich würde sagen, sehr gut.